Sehe ich gut aus heute? Wie können wir nachhaltig leben? Gibt es einen Gott? Müssen wir den Tod fürchten? Und was kommt danach? Diese Fragen, die Trivialen wie die Existenziellen, haben Menschen zu allen Zeiten beschäftigt. Die unterschiedlichsten Antworten zu sämtlichen Lebensbereichen aus allen Ehrteilen und Epochen finden sich unter dem Dach einer einzigartigen Institution. Einst gegründet, um die Kulturschätze des untergegangenen Landes Preußen zu erhalten, bewahrt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in 19 Museen, Bibliotheken, Archiven und Forschungseinrichtungen über 5 Millionen Objekte. Eine der fünf großen Universalsammlungen der Welt und ein Hort unzähliger Geschichten. Die Schatzkammer Berlin. 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 Untertitelung. BR 2018 Das Kulturforum. Neben der Museumsinsel das zweite Zentrum der Berliner Museumslandschaft. Skater haben die Plaza für sich entdeckt. Sie zu beobachten, wirft eine Frage auf. Was sind eigentlich Museumsobjekte? Was gehört ins Museum? Manchem ist sein Skateboard das Wichtigste im Leben. Warum sollte es nicht auch wert sein, ausgestellt zu werden? Als Zeugnis unserer Lebenswirklichkeit. Jeder von uns hortet persönliche Schätze. Was macht mein Leben aus? Was charakterisiert mich? Wie viele Dinge sich im Laufe der Jahre ansammeln? Wir umgeben uns mit Objekten, weil sie nützlich sind, weil wir sie schön finden, weil sie ein Spiegel unseres Selbstbildes sind. Wer bin ich? Diese Frage stellte sich Anfang des 16. Jahrhunderts auch ein reicher Kaufmann namens Georg Giese. Sein Selbstbild hat Kunstgeschichte geschrieben. Zu sehen ist es heute in der Berliner Gemäldegalerie am Kulturforum. Neben der Museumsinsel das zweite bedeutende Zentrum der Berliner Museumslandschaft. Ja, meine Damen und Herren, wir stehen hier vor einem der bekanntesten, bedeutendsten und auch markantesten Bilder der Gemäldegalerie, dem Porträt des Kaufmanns Georg Giese von Hans Holbein dem Jüngeren, gemalt im Jahre 1532. Es ist alles andere als eine naturalistische Darstellung. Es ist eigentlich so, dass in der Mitte dieses große Porträt ist, das uns ja auch anguckt, wirklich als der Mittelpunkt. Und außenrum in Form einer Raumecke sozusagen alle Attribute, all die Dinge, die den Giese charakterisieren sollen, angereichert werden von Holbein. Einerseits ist es natürlich der erfolgreiche international agierende Kaufmann. Darauf deuten diese vielen Geschäftsbriefe. Durch seinen Beruf ist er reich geworden. Das zeigt der anatolische Teppich. Das hat damals ein Vermögen gekostet, so ein Stück, die venezianische Glasvase ebenfalls. Und dieses absolute Hightech-Gerät, nämlich die kleine Tischuhr, eine der kleinsten Uhren, die es im frühen 16. Jahrhundert gab. Mit anderen Worten, Georg Giese zeigt sich inmitten kunstgewerblicher Kostbarkeiten. Im Original zu besichtigen, gleich nebenan im Kunstgewerbemuseum. Ich nehme die mal raus, diese runde Tischuhr. So. Ja. Also hier unten, denke ich, dürfte ich sie öffnen können. Dann können wir uns mal das Uhrwerk noch anschauen. Ja, das hier schon wichtig zu sehen, wie sie innen ist. Achtung, jetzt muss ich hier mal aufmachen. Schauen Sie, das geht recht. Es sieht doch sehr funktionstüchtig aus. Finde ich auch. Das ist die Hemmung. Wenn das auf Zug gebracht ist, das Ganze auf der Schnecke, würde das ja runterrasen. Der Zeiger dreht sich bis zum Ende. Und durch dieses Rad hier, die Hemmung, wird das sozusagen in einem Rhythmus abgespult. Unser Stück ist eine 24-Stunden-Uhr, wo ein Zeiger oben um das ganze Blatt herumläuft. Und bei Dunkelheit konnte man auch die Zeit ablesen, weil am Rand Noppen sind. Und die Noppen haben unterschiedliche Höhen. Und wenn man die vorsichtig abfühlt, konnte man auch wissen, welche Stunde es geschlagen hat. Es war etwas völlig Neues. Es ist etwas, was man haben musste, wie quasi das neueste iPhone. Was ist Kunstgewerbe? Das ist eines der schwierigsten Fragen. Früher war es so, man hat keine Museen besucht, weil es die noch nicht gab, sondern man hat Schlösser besucht, wenn man auf Bildungsreise war. Und da konnte man, wenn man gut angezogen war, durch die Räume gehen. Und die waren ausgestattet mit Textilien, mit Möbeln, mit Spiegeln, mit Leuchtern, mit Porzellan. Und von dieser Tradition ausgehend haben wir gesammelt. Für Georg Gieses Selbstbild war das modernste und kostbarste gerade gut genug. Keine moderne Werbeagentur könnte Produkte wirkungsvoller in Szene setzen als ein Porträtmaler Hans Holbein. Mit der beinahe fotorealistischen Abbildung des kostbaren Tischteppichs gelang Holbein quasi die Etablierung eines Markenprodukts, das heute seinen Namen trägt. Warum wir so eine große und sehr bedeutende Sammlung haben, liegt vor allen Dingen an Wilhelm von Bode, der um 1900 sich sehr stark für die Gründung des Museums für islamische Kunst eingesetzt hat. Und deshalb hat Wilhelm von Bode einen Großteil seiner selbst erworbenen Teppiche dem Museum damals geschenkt. Dieser Teppich ist ja ein Hohlbeinteppich und ist mit dem auf dem Gemälde vom Kaufmann Giesi sehr, sehr stark verwandt. Der klassische Aufbau, der den Hohlbeinteppich zum Hohlbeinteppich macht, ist absolut identisch. Das sind die Oktogone und die Rankenwerke, die versetzt zu den Oktogonen dazwischen eingefügt sind. Wilhelm von Bode als Begründer der Teppichforschung hat mehrfach darauf hingewiesen, dass dieser Teppichtypus auf den Gemälden von Hohlbein abgebildet ist. Und die Forschung hat dann irgendwann sich dazu entschlossen, diese Teppiche Hohlbeinteppiche zu nennen, weil jeder sofort wusste, was gemeint ist. Die sogenannte Berliner Methode war auch eine Leistung Bodes. Das bedeutet, dass man Teppiche datiert aufgrund ihres Erscheinens auf datierbaren Gemälden. Der Kaufmann Giesi ist 1532 gemalt. Das heißt, dass ein Hohlbeinteppich ungefähr ins 16. Jahrhundert zu datieren ist. Zu Hohlbeins Zeiten begehrt es im Portgut aus Anatolien. Heute einer der Schätze des Museums für islamische Kunst. Wer mag dieser Kaufmann Georg Giese gewesen sein, der uns wie ein Werbeträger für die Luxusprodukte seiner Zeit aus Hohlbeins Porträt heraus anblickt? Das sind ja nicht einfach nur Symbole für Reichtum. Das Erstaunliche, was dieses Bild hat, gewinnt es ja auch dadurch, dass diese Glasvase so wunderbar dargestellt wird. Das Bild bedeutet nicht nur, dass Giese eine Glasvase hatte, sondern vor allen Dingen, dass er auch einen Maler gefunden hatte, der ihm diese Glasvase so malen konnte. Wir müssen uns natürlich fragen, welches Bild von sich, welches Image möchte Georg Giese hier durch dieses Bild vermittelt haben? Das Ganze ist ja ein gewünschtes Bild, eine Repräsentation, die ihn so gibt, wie er sich sehen will. Und ich glaube, wie er sich sehen will, ist, er hat Geschmack und er hat Geld. Er ist ein Kaufmann, aber er ist eben auch ein geistiger Mensch. Der gute Georg Giese. Alles hat seinen Preis. Auch Freiheit, Selbstverwirklichung, Lebensglück. Aber muss das so sein? Könnten wir keine Welt erträumen, die anders funktioniert? Ein frei bestimmtes Leben ohne die Zwänge des Konsums? Kreativität statt Kommerz. Könnten wir so nicht alle viel glücklicher und produktiver sein? Wie nutze ich am besten mein eigenes Potenzial? In welcher Gesellschaft will ich leben? Und ist Geld bei ihrer Gestaltung wirklich unser wichtigstes Kapital? Die Suche nach Ideen für eine bessere Gesellschaft führt in den Hamburger Bahnhof. Berlins größter Ausstellungsort für Gegenwartskunst. Der erweiterte Kunstbegriff ist fähig, in das Herz der Gesellschaft einzudringen. Wenn der erweiterte Kunstbegriff klarstellt, dass die Fähigkeiten der Menschheit und das, was aus den Fähigkeiten der Menschen entsteht, dann wird offenbar, dass auf dem zukünftigen Planeten die Menschen unter anderem höheren Lebensbedingungen arbeiten und wirtschaften werden. Dieser Gedanke ist prägend für viele Arbeiten von Josef Beuys. Auch für das Werk Kapitalraum. Dass dieses Schlüsselwerk in Berlin zu sehen ist, ist dem Kunstsammler und Mäzin Erich Marx zu verdanken, der es 2015 ankaufte und zusammen mit vielen anderen Werken seiner Sammlung, von Warhol bis Kiefer, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Dauerleihgabe zur Verfügung stellte. Warum haben Sie angefangen, Beuys zu sammeln? Ich habe immer in Beuys etwas gesehen, was völlig aus der Normalität der Kunstbetrachtung herausfällt. Da muss man nur aufgeschlossen sein, dass hier etwas ganz Neues ist, was ich noch gar nicht erlebt habe oder was die Menschen noch gar nicht erlebt haben. Das heißt, die Kunst auf diese Art und Weise sich darstellt. Wer hätte mal früher sowas als Kunst angesehen noch? Wir sehen in dem Werk sind eine ganze, ganze Reihe von Schiefertafeln. Und diese Schiefertafeln sind zunächst einmal so beschrieben, wie wir es aus der Schulzeit kennen oder aus der universitären Zeit, mit Formeln und Lehrsätzen. Und damit macht Beuys eigentlich wunderbar ein Szenario auf, wie ein Schulraum. Und der Lehrmeister, der das Lehrmaterial vorgetragen hat, ist gegangen. Es ist ein Erinnerungsstück an etwas, was vor vielen, vielen Jahren passiert ist. Was fasziniert Sie so sehr an dem Werk? Ich habe das als eine generelle Aussage von Beuys angesehen. Da, wo er das, was er geschaffen hat, in einem Werk zusammenbringt. Und das war das hier. Die Idee, dass das wahre Kapital eben die geistig-schöpferische Kreativität ist. Genau, genau. Und wenn man das nicht versteht, dieses Satz, dann hätte man Beuys nicht verstanden und würde ihn nie verstehen. Wenn das ein Besucher begreift, dass die Zukunft dieser Welt in unserem schöpferischen Kapital liegt, in unserem schöpferischen Potenzial, dann ist das vielleicht die Aussage zum Zustand unserer Gesellschaft. Der Gedanke von Beuys wäre den Begründern der Berliner Sammlungen vertraut vorgekommen. Als die preußischen Könige mit der Kunstkammer den Grundstein zur heutigen Museumslandschaft legten, verfolgten sie das Ziel, sich am besten der Kunstgeschichte zu bilden. Gesammelt wurden nicht nur Originale, sondern auch Kopien von Meisterwerken. Die Gipsformerei ist die älteste Institution der Berliner staatlichen Museen. Wir haben insgesamt 7000 Objekte bei uns im Bestand. Auf der einen Seite sind wir ein Museumsarchiv und auf der anderen Seite sind wir ein produzierendes Unternehmen. Alles, was wir bei uns im Bestand haben, kann bestellt werden und jeder kann bestellen. Wir haben den Auftrag bekommen, ein Abgruß des Bergemann-Altars zu machen. Wie viele Einzelteile das sind, das werden sicherlich über 10.000 sein insgesamt. Ein großer Schatz, da gibt es beim Reisen diese alten Kernstückformen. Wir benutzen diese alten Kernstückformen bis heute, also gute 200 Jahre. Einige dieser Formen bewahren inzwischen zerstörte Werke. Und solche, die durch Umwelteinflüsse beschädigt sind, in originalgetreuerem Zustand als das Original selbst. Eine Tatsache, die unsere Vorstellung von der einmaligen Aura des Originals und der Minderwertigkeit von Kopien ins Wanken bringt. Der Sorgfalt, mit der man sich hier jedem Detail widmet, verdankt Berlin jedenfalls sein bekanntestes Wahrzeichen. Das Brandenburger Tor in Berlin, im Wandel der Zeiten zum Symbol deutscher Geschichte geworden, wird anstelle der roten Sowjetfahne sein altes Wahrzeichen wieder erhalten. Die Quadriga, nach überlieferten Mustern eine Neuauflage des im Krieg zerstörten Standbildes von Schado, wurde nach monatelanger Arbeit in einer Westberliner Gießerei fertiggestellt. Mit mehreren Kranwagen wurden die Einzelteile des über 100 Cent erschweren Siegeswagens über die Sektorengrenze transportiert. Bis zur endgültigen Ausstellung, für die allerdings der Ostberliner Magistrat verantwortlich zeichnet, wird es noch einige Wochen dauern. Aber an der Spree freut man sich schon jetzt, über das neue Stückchen Altes Berlin. Die besondere Berliner Geschichte mit den Kriegszerstörungen, auch der Museen und den Nachkriegswirren, sind dafür verantwortlich, dass dort einige Objekte nur in Kopie zu bewundern sind. Bedeutende Bestände beanspruchte die Sowjetunion als Teil der Kriegsreparationen. Die sogenannte Beutekunst ist für Hermann Parzinger, den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ein Thema, das diplomatisches Fingerspitzengefühl erfordert. Diesem Kulturraub geht natürlich auch der Kulturraub und die Kulturzerstörung der Nazis in der Sowjetunion voran. Ich kann nicht das eine von dem anderen trennen. Zwischen 1955 und 58 hat die Sowjetunion an die damalige DDR von circa 2,5 Millionen Objekten 1,5 Millionen zurückgegeben. Dazu gehört der Pergamon-Altar, der in der Eremitage in Petersburg ausgestellt war. Also das war schon zehn bis 13 Jahre nach Kriegsende, wo die Wunden für die Sowjetunion natürlich auch vor allem an menschlichem Verlust noch sehr, sehr offen waren. Eine große Geste, das muss man auch ganz klar so sagen. Dennoch fehlen aber bis heute circa eine Million an Kunstwerken. Das ist eben der Bestand an sogenannter Beutekunst. Hier in den russischen Depots liegen diese Objekte zum Teil noch mit ihren alten deutschen Beschriftungen. Mit der Verlagerung der Kunstwerke nach Russland wurden sie lange der Öffentlichkeit entzogen. Auch wichtiges Wissen über die Objekte ging verloren. Ein Zufallsfund aus dem Depot für Skulpturen des 18. Jahrhunderts versetzt sogar Experten in Staunen. Ich habe die Viktoria von Calvatone auch zum ersten Mal gesehen und war fasziniert. Es war eine der bedeutendsten antiken Bronzeskulpturen in der antiken Sammlung zu Berlin. Man wusste nicht, wo dieses Stück sich befindet, ob es überhaupt noch existiert. Die Flügel der Skulptur wurden bei Restaurierungsarbeiten im 19. Jahrhundert ergänzt. Aufgrund dieser neuzeitlichen Teile wurde die ganze Statue in St. Petersburg fälschlicherweise auf das 18. Jahrhundert datiert und verschwand im entsprechenden Depot. Dabei stammt die Viktoria von Calvatone tatsächlich aus der römischen Kaiserzeit, aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Gemeinsam erforschen deutsche und russische Wissenschaftler das Innenleben der Skulptur, in der sich die Spuren der unterschiedlichsten Epochen finden, um das kostbare Stück bestmöglich restaurieren zu können. Durch Forschungs- und Ausstellungskooperationen versuchen sie, diese Werke wieder ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Doch in Deutschland können sie nicht ausgestellt werden. Aufgrund der Gesetzeslage würden sie als Beutekunst beschlagnahmt werden. Dass die Viktoria von Calvatone falsch inventarisiert in der Abteilung für westeuropäische Skulptur des 18. Jahrhunderts untergebracht war in der Eremitage, wo kein Mensch natürlich danach gesucht hat, das ist so eine Ironie des Schicksals. Wir haben einen Vertrag geschlossen zwischen der Eremitage und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dass wir dieses Objekt in den Mittelpunkt gemeinsamer Forschungsanstrengungen stellen. Obwohl es eigentlich mit der Beutekunst ein Thema ist, was uns eigentlich auseinander dividieren müsste, weil wir da natürlich unterschiedliche Haltungen dazu haben. Aber die Tatsache, dass wir so eng zusammenarbeiten und wirklich großes Vertrauen über die letzten Jahre gewachsen ist, ist es eher so, dass uns dieses Thema ganz, ganz eng aneinander bindet. Kunst überbrückt kulturelle Grenzen. Doch nur, wenn sie Dialog stiftet. Mittagspause. In heutigen multikulturellen Metropolen ist sie oft von babylonischem Sprachgewirr geprägt. Wo kommst du her und was machst du hier, ist eine häufig gestellte Frage. Die Frage nach der Herkunft stellt sich auch in Bezug auf Museumsobjekte. Der Fachbegriff dafür klingt trocken und freudlos. Provenienzforschung. Doch mit der einfachen Frage, die oft unterhaltsame Tischgespräche eröffnet, können Museen wichtige kulturelle Diskurse anstoßen. Denn wozu brauchen wir eigentlich Museen? Museums are tremendous instruments for creating knowledge. The way we present the objects in museums speaks volumes about the way in which we understand ourselves, other people, the past, the present and our hopes for the future. Jonathan Fein setzt sich als Kurator der Westafrikanischen Sammlungen des Ethnologischen Museums und als Sprecher der Arbeitsgruppe Provenienzforschung täglich mit kritischen Fragen auseinander. Wie hat Deutschland zur Kolonialzeit seine Machtposition ausgenutzt, um seine Sammlungen zu bereichern? Wie sollen wir heute mit diesem Erbe umgehen? Besondere Brisanz erhalten diese Fragen durch die Eröffnung des Humboldt-Forums 2019. Mit den Beständen aus den Museen in Berlin-Dahlem ziehen auch einige mit belasteter Provenienz ins rekonstruierte Stadtschloss. Zur Zielscheibe der Kritik wird auch immer wieder eines der spektakulärsten Objekte des Ethnologischen Museums, der Thron Königin Joyas aus Kamerun. The throne Manduyenu is exceptional in every respect. It is vastly larger than other thrones from the area. It is vastly more opulent. The symbolism of the throne is also extraordinary. It embodies in one object many of the most central visual symbols of the Bamun Monarchy. The doubleheads of the serpent refer to incredible military prowess. The spiders mediate between the world of the dead and the world of the living. Along the front of the bench, you see a number of figures that are sort of parading in front of the throne, probably conquered kings. The twin figures that rise from the back of the seat refer to the magical powers of twins. Der Thron Manduyenu stammt aus dem Königreich Bamun im Hochland Kameruns. 1902 erfasste die deutsche Kolonialherrschaft auch das abgelegene Reich Königin Joyas. The German colonial system in Kamerun was violent and characterized by deceit, trickery and manipulation as well as the use of military and political force. Because King Joya offered an alliance to the Germans, the situation in the Bamun Kingdom was comparatively peaceful. Fumban, die Hauptstadt des Königreichs Bamun. One of the things that confronts ethnological museums today is the need to understand the way in which our pasts are embedded in colonial history. Innerhalb der modernen Republik Kamerun gibt es noch traditionelle Königreiche, in denen ein Thron kein rein museales Objekt ist, sondern eines von aktueller politischer Symbolkraft. Wäre nicht eigentlich der heutige König von Bamun Sultan Mbomwon Joya der legitime Besitzer des Berliner Manduyenu? Er ist der Enkel Königin Joyas, der zur deutschen Kolonialzeit auf dem Thron saß. Und auch den Königspalast errichten ließ, inspiriert von deutscher Kolonialarchitektur. Die Verflochtenheit des Königreichs Bamun mit der deutschen Kolonialgeschichte ist allgegenwärtig. King Joya was one of the most skilled political actors that I've had the chance to study. He sought to preserve his own autonomy within the very difficult political situation that was presented by the colonial era. Sultan Mbomwon Joya trägt nicht nur den Namen seines Großvaters. Das koloniale Erbe aus dessen Ära beeinflusst bis heute die Kulturpolitik Bamuns. Befände sich Königin Joyas Thron nicht in Berlin, stünde er hier im Thronsaal des Palastes, inmitten der Throne seiner Vorgänger und Nachfolger. Bamuns Staatssekretär für kulturelle Angelegenheiten ist als Direktor der Palastadministration ein enger Mitarbeiter des Sultans. Der fehlende Thron ist ein heikles Thema. Der fehlende Thron ist eine Befüge der Hitler-Küpf including auf das lachen ist. Der fehlende Thron ist ein heikles Thema. Und diese Allemands, haben sie den Thronen verlassen. Wie können Sie diese Fragen stellen? Nein, es gibt keine falsche Antwort. Ich nehme auf mich das Risiko, dass ich hier solennelles sage, dass es keinen Fall von diesem Thronen gibt. Ein wahrlich königliches Geschenk. The entirety of the throne is embroidered with the most extraordinary designs in glass beads that came from Venice, as well as from the Czech Republic in the 19th century. They were incredibly appreciated for their brilliant colors. One shouldn't forget how incredibly precious these objects were. Perlenstickerei ist bis heute eine Spezialität der Bamum-Künstler, sind ihr Arbeiten doch auf dem internationalen Kunstmarkt gefragt. Der Künstler Ndam Mama hat den letzten Königsthron für den Palast bestickt und ist als Restaurator am Palastmuseum beschäftigt. Der Kauri ist ein Kauri. Der Kauri ist nicht so, das heißt Mbom. Mbom? 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 Es war ein Teil der deutschen Kolonialisierung, mit deutschen Objekten. Das war ein Freund zwischen Bamoun und Allemann. Aber jetzt, was ich jetzt sagen möchte? Divorce? Wir wollen nicht. Die Allemans verstehen, dass es es útil für uns helfen, in der Beobachtung unserer Kultur-Kultur-Kultur-Kultur-Kultur-Kultur-Kultur-Kultur-Kultur. Ich wünsche es eine gute Möglichkeit, und eine ultime Möglichkeit, dass wir und wir nicht verlieren müssen, damit wir nur leben können. Der Tronc des Reis ist, Herr Taberin. Er ist die Anbassadeur unserer Kultur-Kultur-Kultur. Wenn wir heute diese Objekte aus anderen Kulturen in unseren Museumshallen haben, dann gibt es oft den Ruf, woher kommt das? Was macht ihr damit? Welche Rechte habt ihr, das zu haben? Das kann man lange diskutieren. Auf jeden Fall kann man auch sagen, wir nutzen das, um unsere wandelnde Gesellschaft auch positiv mitzugestalten. Und das ist auch ein Ziel des Museums, zu sagen, wir stellen nicht nur aus, sondern wir wollen Antworten geben auf die Fragen von heute. Wir wollen, dass die Menschen die Museen nutzen, um damit Werkzeuge zu entwickeln, ihre eigene Wirklichkeit zu verstehen und ganz wichtig natürlich zu gestalten. Dieser Raum diente im 17. Jahrhundert dem syrischen Kaufmann Isa Ibn Butrus aus Aleppo als prunkvolles Empfangszimmer. Die Stadt ist damals eine weltoffene Handelsmetropole, in der sich Menschen unterschiedlichster Herkunft, Ethnien und Religionen mischen. Die Gäste werden die subtilen Botschaften der Wand, Bilder zu lesen gewusst haben. Denn nichts ist hier rein schmückendes Ornament. Der Raum ist ein Meisterwerk der Diplomatie, dessen Feinheiten die Restaurierung wieder zur Geltung bringt. Was hier oben, das war ja richtiges Weiß, weiß-blau. Oder? Also wenn das säubert, kommt das dann nochmal raus oder gar nicht? In den Gesimsen und den Schrifttrafen wäre es erheblich, glaube ich, was das ausmachen würde. Farbenfeuerwerk. Und wenn man sich ja noch vorstellt, dass da ein farbiger Teppich drin liegt und dass die Leute farbige Wände hatten und vielleicht einen farbigen Turban. Man kann sich richtig vorstellen, wie doch die Personen saßen und vielleicht Gedichte rezitierten, die Inschriften nasen und weiter beschrieben. Und das kenne ich bis heute. Also ich bin öfters in solchen Räumen gewesen. Da sitzt man und philosophiert und gibt ein bisschen mit seiner Bildung an. Und früher, wissen wir das, war das genauso. Und die Heile und der Herzen liegt im Treffen mit dem Geliebten. Ach, das ist auch richtig romantisch. Arabische Inschriften und ein Bilderrausch wie aus Tausend und einer Nacht. Auf den ersten Blick. Doch der Zweite entdeckt Figuren mit Heiligenschein. Was hat das zu bedeuten? Man entdeckt fünfmal Maria mit dem Kind, aber nicht so wie wir sie kennen, sondern auf einem islamischen Thron mit einem islamischen Nimbus. Denn in der islamischen Welt hat man den asiatischen Nimbus übernommen, den Feuernimbus. Eine Darstellung des letzten Abendmahls, bei dem Jesus und seine Jünger in orientalischer Manier auf dem Boden hocken. Bewusst verschmilzt der Hausherr christliche und islamische Ikonographie, wählt er für die Wandgemälde biblische Figuren aus, die auch im Koran eine Rolle spielen. Denn im Gegensatz zu den meisten seiner Geschäftspartner ist Isa Ibn Betrus selbst Christ. Man sieht in all diesen Inschriften, in den Bildern, dass hier ein Umfeld geschaffen worden ist, dass Menschen verschieden Glaubens sich wiederfinden können. Aleppo heute. Mit den Häusern liegt auch der Geist der Weltoffenheit und Toleranz, für den diese Stadt einst berühmt war, in Trümmern. Auch das Haus, aus dem das Aleppo-Zimmer stammt, ist zerbombt. Kann aus so viel Hass, Fanatismus und Leid jemals wieder der Geist des Aleppo-Zimmers erstehen? Zwei Projekte, an denen das Museum für Islamische Kunst beteiligt ist, setzen sich dafür ein. Das Syrian Heritage Archive Project und das Multaka-Projekt. Wir haben dann im dritten Kriegsjahr angefangen, ein Projekt zu entwickeln, um das syrische Kulturerbe zu dokumentieren. Und was wir noch machen, ist ein Zerstörungsmonitoring. Es gibt die Berichte des Antikendienstes, es gibt Drohnenüberflüge, Satellitenbilder. All diese Quellen nutzen wir und wir arbeiten mit den Fachleuten und Personen vor Ort. Manchmal sind es Personen, die einfach Dinge ins Netz stellen, was sie gerade auf dem Handy gefilmt haben, um nachher einen guten Aufbau hinzukriegen. Das Multaka-Projekt bildet Flüchtlinge aus Syrien zu Museumsführern aus, um anderen Geflüchteten die Tür zu Berliner Museen zu öffnen und deutschen Besuchern einen neuen Zugang zu altbekannten Objekten zu eröffnen. Wir haben eine ganz klare Haltung, indem wir sagen, wir bauen Brücken, indem wir nämlich Teilhabe als Grundvoraussetzung unserer Demokratie sehen und damit auch es erlauben, dass Menschen sich hier zu Hause fühlen, einbringen, Bürger werden zu dieses Landes, die dann auch einen Mehrwert mitschaffen für unser Land. Viele Syrer sind zu uns gekommen und für uns natürlich wichtig zu sagen, diese Objekte sind hier und das ist eure symbolische Heimat, wenn ihr wollt, in Deutschland. Und es heißt, die Aleppo-Room. Wenn ich hierher kam und ich zuerst besucht habe, das Islamische Art Museum, es fühlt sich, dass ich Dinge aus einer verschiedenen Perspektive gesehen habe. Ich war einfach verloren. Versehen die Aleppo-Room, das macht mich hier zu fühlen, dass ich nicht nur mit meinem Schraub und Backpack gekommen bin, dass ich mehr als das hier habe. Ein Projekt wie Multaka machen es leichter, für alle zu verstehen und die Wälder der Eis, die wir manchmal finden. Was können Museen heute leisten? Welche Rolle können sie in einer modernen Gesellschaft spielen? Die Debatte über die Rolle von Museen hat gerade erst begonnen. Sie bergen, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, einen einzigartigen Schatz. Nur wenn es ihnen gelingt, deutlich zu machen, dass ihre Exponate mehr sind als stumme Zeugen der Vergangenheit hinter Glas, sondern Wegweiser für die Zukunft, werden sie dem eigenen Anspruch und dem ihrer Gründer gerecht. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz Kurtz Vielen Dank.